Jetzt bin ich trotzdem alt und frech geworden. Es ist ein einfaches Schluss. Ich will nie mehr wissen von der ganzen Sache. Das ist noch der schönste Moment von allem. Es war eine Art neue, schöne Schrift. Es war nicht einmal weh, das Zeug zu verbrennen. Abschied nehmen. Jetzt geht ein anderes Leben an. Fertig.